Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ausgegebenen Anlass möchte ich mich an der Vergabe des Aluhuts des Monats Juli im Jahre 2016 gestiftet von der Kompaktredaktion beteiligen. Auf diesen Trichter bin ich gekommen, weil ich auf diese Webseite gestoßen bin und da geht es um die schlimmste aller Propagandasendungen ever. Der hätte sich Göppel sogar im Grab rumgedreht, wenn er das gesehen hätte. Und zwar geht es hier um die Dokumentation in Anführungszeichen Spiel im Schatten Putins unerklärter Krieg gegen den Westen. Und zwar gelaufen am 4.7., also ich bin schon drei Tage drüber, aber ist ja auch egal, im Mitteldeutschen Rundfunk. Ja, darüber gibt es natürlich jetzt einiges zu sagen, aber ihr könnt euch die ja selber anschauen. Ich verlinke das mal hier in der Beschreibung. Und dazu gibt es auch natürlich, wie gesagt, den Aluhut des Monats für die ARD von der Kompakt-Magazin-Redaktion. Und da gibt es ja noch was einiges zu sagen, zum Beispiel von newsfront.de, denn die betrifft das eigentlich ebenfalls. Und ja, exklusiv im Ersten. Neuer Kalter Krieg. Was soll's. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen. Außer, dass ich mir ein bisschen die Mühe gemacht habe, also ein bisschen Mühe nur und eine kleine Präsentation bzw. eine kleine Animation dazu erstellt habe und ja, hier kommt sie. Achtung. Ja, das war sie. Kurz und knackig, aber naja, wie auch immer. Ich verbleibe hier bis zum nächsten Mal und tschüss, sagt euer Monschwitz. Peace.